dass auch jeder von euch das alles mitkriegt. Ja. What the fuck, ey. Jetzt hat auch mein PC wieder Internet, nachdem ich den Router neu gestartet hab. Aber Mel, du siehst mich, die anderen seht mich hoffentlich auch dann. Das beenden. Okay. Sehr gut, gut. Wie gesagt, ich hab gerade den Checkpoint neu geladen, das heißt, wir sind wieder hier unten. Ich wusste nicht, wo für euch die Aufnahme abgebrochen wurde. Wo die Aufnahme abgerissen ist. Das heißt, wir nehmen auch schon einen kleinen Weg. Oh Mann, aber schnell das Neue. Ich denke mal, das müsste ja jeder gesehen haben hier noch, wie wir unten aus dem Raum raus sind, nachdem wir die blaue Keycard geholt haben. Genau. Moment, der da oben schon mal so langsam beikommt. Kann ich nicht genau, ob ich es in Ordnung machen. Ah, die rote Keycard war es, die wir geholt haben. Die rote. Oh, er ist auf der anderen Seite. Gut. Ja, dann, wie gesagt, hat auch keiner jetzt, denke ich mal, irgendwas noch verpasst. Es war wieder so ein schöner Moment. Kriegst einfach nur eine Meldung. Ja, die übertragen muss man beendet. Ja, geil. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass mir irgendwas noch fehlt an den Aufnahmen, an den Sachen, die wir gemacht haben. Deswegen haben wir es schnell mal so gemacht. Ich hatte eigentlich gerade, wo ich die Meldung gekriegt habe, habe ich geradewegs eigentlich die Spielzeug-Axe hier aufgehoben. Weil ich der Meinung war, wir könnten ja dennoch den Stabilizer abgreifen. Stabilizer für umsonst. Warum nicht? Gerade, wenn wir auch so etwas noch dabei haben, wie... Da fällt schon wieder. Gerade, wenn wir so viel Granatwerfer oder so dabei haben, warum nicht einen Stabilizer für umsonst mitnehmen, damit wir schneller nachladen können. Ich hoffe nur, es läuft jetzt durch, ja, sonst kriege ich die Krise. Kriege ich die Krise, kriege ich Plack. Plack und Krise. Wie gesagt, der tricky Part wird definitiv sein, wenn wir aufs Schiff kommen. Ich habe ja eigentlich auch gesagt, ich habe keinen Bock, so kurze Parts zu machen. wo ich jetzt aber einfach so aufhöre, ohne irgendwas zu machen. Tendiere ich vielleicht dazu, irgendwie mit eurer Hilfe jetzt zu sagen, wir machen das vielleicht doch durch den Run. Kann ja eigentlich nicht allzu lange gehen, oder? Wir machen es durch heute, komm. Wer ist dafür, dass wir es heute noch durchmachen? Wer möchte, zu sehen, die Endung heute sehen? Road to Platinum. Das Ding wird bestimmt noch tricky Erinnert zu rissen, ja Na, wo bist du? Wo bist du? Ich bin das nicht gewohnt hier irgendwie auf den Dingern hier rumzudrücken Ich bin grad nicht mehr gewohnt irgendwie so die Dings zu haben Ja, wir sollten vielleicht den anderen Stabilizer jetzt mitnehmen Weil so schnell werden wir nicht mehr hier hinkommen Äh, die anderen Steroide mitnehmen So, wir haben zwei Heilungen Das sollte eigentlich für einen Notfall für den Rest des Spiels reichen Stabilizer ist sowieso keine Heilung Von daher können wir uns das Ding jetzt schnell holen Können wir uns reinballern So, hier würden wir jetzt Albert brauchen, eine ganze Weile lang Um die Bomben zu entschärfen Können auch die normale Pistole nehmen, aber Du Du, 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 du So, etwas was wir nicht abbrechen können oder überspringen können Das Schiff wird halt nur interessant Wenn wir mit Mia spielen Mh, dürfen wir nicht an die Kiste gehen Das heißt, wir werden keine unendliche Munition kriegen Und auch sowas halt nicht, ne? Du wisst ja Bescheid Das Schiff wird, glaube ich, der meiste Oder der trickigste Part hier Das ist nicht speziell Das ist nicht speziell du weißt, Ethan Not everybody wants to turn back the clock What? Poor Evelyn I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants to go back to how things were You're a stupid Biss She doesn't understand That I don't wanna go back to how things were Before my father found y'all Not everybody wants to turn back the clock Wie gesagt, das mit mir dürfte mit am Trick-Hixen werden. Come and get some. Come on again. What do you say? Bombe. Fuck! So many explosive traps, fuck! Yeah, 4-Count still doesn't work. 4-Count läuft auch noch nicht. 5-Count. That's a strong healing. No, I'm not taking any healing with me. Careful now! They fight back! 5-Count! Woohoo! Yeah! Starting for the match! Huh? Ich hätte auch gar nicht mehr wirklich Platz für noch ne Heilung Ja, aber vielleicht hätten wir Platz für die Heilung, aber nein Was hast du jetzt gegen Kisten, Nathan? I can't hit him from here So get this Crouch Run Ja gut, das Ding ist Das Ding ist, du kannst dann aus Versehen ja mal auf ne Heilung kommen und dann eine benutzen Nebeneffekt ist halt, wir könnten die auch wegwerfen Das ist nicht so, dass du die nicht wegwerfen könntest Die könnten wir auch wegwerfen Aber Bonk Since we don't need anything Oh come on There is one Steroids here in the testing area Try to remember where Is it in here? 3 Steroids sollten genug sein um den Run durchzukommen Okay, so we have 3 Steroids, should be enough to get the run done 3 Steroids sollten genug sein um den Run durchzukommen Was? Still alive? Okay Didn't expected them to take so much shots with the Grenade Launcher Maybe Nerf Gas is better for them? And one Steroid is still in the Assault Mine That we could get Make a save, just to be safe Now get to the Fatty I wonder how good the Nerf Gas is Let's try Mal gucken wie gut das Nerf Gas bei den Viechern ist Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass das Nerf Gas nicht so gut ist I always had a feeling, dass die Flamer-Rounds sind besser als Nerf Gas, aber Es sagt, dass bei einigen Enemies man kann sie ziemlich leicht stunden Pretty easy He seems stunned. It's how you deal with hardships and life that makes you amazing! Even that guy seems good on them. That's it. Yep, that's it. Fat man down! Fat man down! Fat man down! Okay, now we are up to two times where we have to hit the item box anyways. And then we see if it counts or not. Yep, yep, then we see if it counts or not. So, we'll see if it counts or not. In the statistics we'll see if it counts or not. If it counts or not. If it counts or not, it's changed later. If it counts or not, it's changed later. Fat man down! Fat man down! Okay, let's try. I'm faster than the arrow is here. Okay. It counts. So, yeah. It counts. So, this shit counts. This is mean. Yeah. Alright. What do you say we play a little game? What do you do? What do you say we play a little game? What do you do? We play a little game. What do you do with a candle and put it on the king? Kiss my ass! Ethan! Language! There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Das ist echt mies, ey. Weil das sind nämlich schon zweimal die dann weggehen, ey. Das sind nämlich dann zweimal die dann schon weggehen. Let's get zauberchen? dessaói'n perdieren. Ich glaub, du bist so egal. Dann fetch mich um dein Gears. Und dann steng einfach auf den. Okay! So, und danach können wir dann noch einmal in die Truhe, um unsere Sachen wieder rauszunehmen. Da müssen wir genau wissen, was wir uns holen. Und wir ja keinen Fehler machen und alles dabei haben, was wir brauchen. So, und heißt das, für den Rest des Spiels ist nicht einmal wieder in die Itembox. Ja! Uh oh. So scared, so scared, so scared. Oh god, I can't stand, I can't sit. Oh, so scared, so scared, so scared. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Take the hat. Now we have one more time, one more time for the Itembox. So, let's make it count. We take... Infinite Ammunition. Steroid, steroid. Just does does... That should be. We don't need the keys. Maybe... Maybe... Maybe just for the case. I'm not sure if we need the knife somewhere. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn wir die letzte Save können, was wir sehen? Wir sehen uns nur für die Rekord. Now we are at the max of 3 item boxes. So, wait. Oh. Oh, I have to. Yeah. Okay, this comes there. This comes there. Good. I always forgot the crann here. Could maybe have done it a bit otherwise. I hear that if you die in a deadly fight and use the item box, it doesn't count as opening the item box. So there could be a way to open likely 4 times. Could be. Not sure. Not entirely. Es könnte also sein, dass da ein Weg ist, wie man viermal in die item box rankommt. Könnte. Uh oh. Okay, just run here. Nope. Ah, take it. And done. Good, good, good. Okay, off to the fight. Zoe? No, 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 no. We don't have time. Do you have both ingredients? Right here. There should be enough, right? Maybe we need a knife for this. My father and Lucas aren't falling away. Maybe we could have done this. Maybe we could have done this. Maybe we could have done this. Good. There are two. 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 Hey, get your words back to the house. I'll deal with you later. Let's wreck him hard. Rocket power. Don't kiss me. We're going to revive you. This is getting old, Jack. The fire deals damage over time. Oh, wait, what? Uh-oh. Oh. 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 Okay, which is the last eye I'm missing out on? Okay, one is missing. Where's the last? How did you feel? Got it. Yeah, I've seen everything. Fire is good on him. He has some damage over time and still can kill the eye. We don't shoot at it. Hey buddy. Are you alright? Yeah. Come on, Mia's waiting for us. But, but, but the one Siren I have, the one, the one and only. Yeah, of course, Mia. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we going to do now? There's only one left. Oh! 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 Ja, während das mal durchläuft, bin ich mal ganz kurz weg. Ja, ich weiß, dass du mit dir bist. So, jetzt beginnt der harte Part. Aber jetzt beginnt der harte Part, denn wir dürfen nicht mehr an die Itembox. Das heißt, wir rennen hier nur durch und machen das Nötigste. Wir rennen hier nur durch und machen das Nötigste. Was war das denn? Wir rennen hier nur durch und machen das Nötigste. Was ist das denn? 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 Wird der Fall nur das nehmen, was wir finden, Mel, ne? Na so. Und auch wegen Heilung. Heilung zählt hier ja auch. Das heißt, wir sollten uns hier auch nicht erwischen lassen. Mami. Mami. Denk doch dran, dass die Heists funktionieren. Wenn ich jetzt wieder drauf gehen sollte, dann... Ne Ahnung. Klappt, das spiel ich nie wieder. Mit den Heists. Ethan? Ethan? Ethan! Ethan! Ah. Ergebendefalls hinde ich dazu, mir gleich nochmal einen Joghurt oder so zu geben, ey. So wäre ich mal eine gute Alternative gerade wieder auch wenn sie doch mal durchgängig laufen können und ich die ganze Zeit gedrückt halten müsste aber das könnte ich jetzt auch gebrauchen naja schöne Massage nap, tap, 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 tap..... Was triggert dieses Ding? Finally! Was ist mit mir, Marc? Was ist mit mir? Wer opfert sich für mich? Mel will sich für mich opfern und du opferst dich für Mel. Das klingt nach einem Deal. So. Okay, let me move. Ah, what? No. Ah. Wow, ich krieg wieder ein bisschen was. Oh, ich kriege das. Oh, ich kriege das. Oh, ich kriege das. Oh, ich kriege das. Das muss gerade sein. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, dass ich nebenbei noch mal was spachteln kann. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich möchte noch groß und stark werden. Kann nie groß und stark genug sein. Mit meiner Hand so einen Becher öffnen. Voll skilled. So. Perfekt. Mit dem Meter schafft es auch alleine, ohne dass ich drücken muss. Ach komm, ich muss mal ganz kurz. Ich bin hungrig. Sehr hungrig. Ich muss mal durchrühren. Ich habe noch nicht. Ich habe gesagt, wir könnten eine Familie sein. Nein. Mit den Sie zu reden? Du gesagt hast. Ich habe nicht. Du wirst warten. Ah, das ist gut. Keine Chemikalie? Warte mal, warte mal, wo war das anders da? Wo war das anders da? Wo war das? Das ist gut. Wir sind auf. Gut. We can make ammunitions now with the chemicals, never forget. We just need gunpowder to make ammunitions. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Mal nebenbei was essen. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Erwischt, ich war nur beim Essen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich brauche Gunpowder. Ja, das Slamination ist okay. Gunpowder. Ich brauche Gunpowder. Ich brauche Gunpowder. Ich brauche Gunpowder. Ich habe immer noch etwas gesehen. Kann ich mal in hier? No, no. Gut. Ich hoffe, ich finde Gunpowder jetzt. Hier. Okay. Okay. At least some Gunpowder. Hier. Uh. Watch it. What? Wine. gut wie keine gesehen wieder mit mir bald waschen es ist später kurz wegschmeißen wir sind nicht wir dürfen auch jetzt nicht an die itembox drangehen das war eigentlich so der tricky part es hat ihre Tissensammel du findest sie du fixst das ok Evie, wo bist du? so, nur noch schnell drehen dann kann man loslegen es ist eigentlich krass wie schnell wir dann eigentlich durchgucken wir dürfen nicht an die itembox ammunitions ammunitions wir brauchen wir brauchen die wir können nur machen wir können nur normal die 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 aber es ist nicht so viel Munition wenn ich dann treffe wir dürfen uns nur nicht treffen lassen nicht dein einziges Mal am besten auch schon oh, wir sind okay ja, ich habe mir auch einen Schuss Keep running Need to kill him Don't need the herb Ammonition Run Shit We didn't have the time to look around for the ammunition Oh god Can we Should be vanished now Isn't he? Good Okay, we go back Search for ammunition Should be laying some ammunition around here Not here Not here Not here Yep Okay, even this was worth it No, that was worth it It was worth it It's just a cat No, 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 no Nope Nope That's not No, 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 no No, no, no No, no No, no What's up? Oh, did you call me? What did you call me? I don't want to live in the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Amy. I'll be your mommy. Just come back with me. Amy, wait! Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? You just have a friend of mine. And then we... Our Mia back in normal mode out of the... Out of the... Hit your tape. At least we didn't get hit. At least we didn't get hit. No chemical... Yep. Bomb. Bomb. Um... Munition. Okay. Decent. Ich hab gehofft, dass ich eigentlich beide erwische, aber nein. You think of the Linkings? I. ... Aus. Ag출... Bl ко nostro... ka... агga. So... ... Okay. Mel will weiter wissen. Oh, wait. We have to go this way. Just open it up. I'm not sure we should be able. Oh, no pits. Ne, Mark war das, der... ...5 mal gesetzt hat. Oh. Ich dachte, das wäre es du schon wieder gewesen, Mel. Ah. Huh. Hm, interessant. Ohne ihre Behandlung wird sie verfallen. Es gibt sogar eine Möglichkeit, ihr immer wieder jung zu halten, oder was? Hm, interessant. Ohne ihre Behandlung wird sie verfallen. Sie vertraut. Das kleine Mädchen, sie nie vertraut. Okay, wait. Evie, nein, Evie, Evie! Allen, listen! Sie versucht zu nehmen. Du musst sie kämpfen! Evelyn, stop! Stop! Right now! And he's dead. Hmm, Kershadeys. Ich bin tot. Oh, ich bin der einzige, der es zurückgemacht hat. Auch nicht schlecht. Dieses Glück hatte ich heute, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch, einmal hatte ich, glaube ich. Einmal. Hm, gute Intuition, ne? Hm, gute Intuition, ne? Was soll ich sagen? Stop right there! Stop right there! Don't come any close up! No, he didn't listen. He didn't listen. He didn't listen. Und, so ist der Tanker in der Mitte durchbricht. Also, der Tanker in der Mitte durchbricht. So, die Hälfte vom Schiff haben wir jetzt schon mal eigentlich. Jetzt kommt aber die anstrengende Hälfte. Wir dürfen nicht an die Kiste. Wenn wir nicht an die Kiste dürfen, haben wir, glaube ich, nur die Pistole jetzt erstmal auch. Grenzte Munition. Ich frage, ob wir uns die MP holen müssen. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir uns die MP holen. Moin Elmo, da bist du ja wieder. Wir machen es heute noch zu Ende, Elmo. Denk mal schon. Das Junge ist ja einmal abgeschmiert vorhin. Ja, komm. Fünf Minuten fange ich nochmal an, sonst machen wir es zu Ende. Gucken wir mal. Jetzt beginnt, wie gesagt, dieser anstrengende Part. Ist doch nur einfach. Einfach ist eigentlich einfach. Aber man weiß ja nie. Sie könnten dann noch No-Heal-Run draus machen. Das wäre cool. Itembox. Okay, jetzt sind wir beim Maximum angelangt. Aber so ist das. So ist das. Es müssen doch eigentlich die zwei Dinge jetzt auch sein, wo wir uns Bomben abholen können. Sollte eigentlich offen sein. Jetzt für mir, jetzt im jetzigen Jetzt. Nicht im Videotape Jetzt. No, I refuse to remember. No. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. Is the face still up here? We will never be a family. Then I don't need you anymore. Nope. Nice. Interesting. Make a short safe. To be on the safe side. So, jetzt beginnt der Spaß. Die Frage ist, brauchen wir die MP? Es wäre wahrscheinlich sicherer mit der MP, aber... Es wäre wahrscheinlich mit der MP sicherer als ohne. Maybe it's still works. Erstmal hab ich ja gedacht, wir sehen da irgendwas, was... Keine Ahnung... uns dann so entgegen oder hinterherläuft. Okay. Bottom level. Evie. I don't look at you. I don't look at you. Fucking hallucinations. Where is she? Let's hope we find some ammunition. It's okay. We don't have a chemical yet, but we get one, I guess. Wait, was there a draw? No. So, so we're gonna chemical you can... Come on, so we don't have to do it again. No. This one we need. And, yep. Nothing else matters. Chemical? Nope. Erbs are for derbs in this run. Erbs are for derbs in this run. Could take this knife. Yeah, we will. Erbs are for derbs in this run. Um... This is where... ...the room is. It's lemonish, and it's okay. This is okay. Nice. So far, I feel good. Only so far. Ah! What the hell? Okay, he was new. Man, he was new. Man, he was new. Jeez. Man, this fucker was new. Fat man down, fat man down. It's Dex, it's okay. Ah. Oh wait, there should be a chemical... ...or nope, 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 maybe not. ...I would like a chemical. Machine ampers, this okay. Bombs are down, okay. Oh, he's close. Er, he's close. Fuck. My aim! Fuck my aim! Fuck my aim! Oh boy. What, no! Empty. This really has to be empty. Ah, he's aiming. Bump, bump. Lockpick. Ah, no. Lockpick, we don't need. There's only one thing to lock, but... I hate this. I hate this. Um, um... Well... I did this only for a chemical new. We have more ammunition now, and we should get the machine gun, just to be on the safe side. Okay, let's do this first, do we need the machine gun, we should be able to do it without, we should be able to do it without, we should be able to do it without, not sure, just for safety I think we get the machine gun, if it's safer with it, but we could make it without, I guess. What else is coming, when we go down there will be more, I guess, yeah, safer, safe struts. Oh wait, we have lots of bombs, there will be one coming here. Nope. Now we feel way safer. Okay, let's make this, this goes up, this goes down. There's only one thing to lockpick and it's this. open it, but I don't need it, because it's a coin. So there should be no fatty, there should be just two normal or one normal one, so we'll use the chemical maybe. Oh, perfect. Another strong maybe. 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 What the hell is going on here? Not going down here. I think we評ile you guys on this. Okay, du bist fertig? Ja. Okay, du warst fertig. Ist doch noch ein Dicker gekommen, ich war mir jetzt gar nicht sicher. Auf Matterhouse kam nicht nur ein Dicker, da kam glaube ich ein Dicker und noch ein normaler. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, bisher habe ich, fast wir hätten die Links gar nicht gebraucht, die MP. Ohne MP hätte ich jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei, vier, vier Schuss mehr. Ne, fünf Schuss mehr mit der Spezialmunition. Nein. Vorbombs. Good image. Good image. I should have been fine even without the MP. I'm not risking a hit here. Ich hab das schon. Ei. Das ist okay. Ich glaube, es ist ein normaler Umkommen, ist es? Okay, dude, was this? Heady. Yep, he is dead. Took him a while to explode, but okay. Why not? There is a coin that we don't need. And that's it, ship is done. The hardest part I thought of is done now. That was the trick-exe part, the part that I actually have in my head. Let's do it. That was the ship. Ethan. Ethan. Hey, shh, shh, shh. I know, I know, I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could've helped you. What do you mean? I'm gonna kill a son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Poor Zoe here. That girl, Evelyn. She did this. What the hell is she? No, what did she do to you? Poor Zoe. She infected us with her gear. That's what she could use it. I found her, they had busted out a tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. It's different. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't find that. You are connected to her. And you can't resist the urge to... Kill. Oh, you're a real different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen. The girl just won't spend her own. She's the key. She's the key. You find her. You stop her. Free my family, Ethan. Please. Free my family. Please. Hmm. It doesn't hurt you. I can make him money. Don't. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt you. Don't you dare. So what? You're not my mommy. Remember? Remember? You have to get out of here and find her. Here. Take this. What? What? What are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. Woohoo. We're back. Ah. Our old strategy is on again. We both. Dream Team. Oof. Nooo. Okay, you little bitch. What the fuck are you? Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. 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 Are you kidding me? Are you kidding me? Um. Um. Are you kidding me? Wir haben nichts bei uns. Wir haben gar nichts bei uns. Ist das jetzt denen ihr ernst? Ah, Leute. Wir haben ein Problem. Leute, wir haben ein ganz großes Problem. Ja, geil. Ja, sehr geil. Das ist jetzt ja sehr geil. Das heißt, wir müssen in der Regel eigentlich an die Itembox ran, oder? Ja, wir kommen an den Dicken nicht vorbei. Ja, wir müssen an die Itembox ran. Was zum Teufel. Ja, keine Ahnung. Wir müssen an die Itembox ran. Oh. KRAI WALK Jetzt lasst mich mal kurz nachdenken. Jetzt lasst mich mal kurz nachdenken. Kann man ansonsten wirklich nur beim... Das ist nur eine Möglichkeit, wie man triggern könnte. Nicht Munition. Ich habe natürlich nicht den Ball. Take it with us. Ne, ne, davon kriegst du jetzt nix mehr. Okay, dann was ist denn auch Helorun? Keine Ahnung. Fuck. Schöne Scheiße. Dann sind die dreimal, wo du an die Itembox gehen darfst. Dann musst du dreimal an eine Itembox im Spiel gehen. Das geht gar nicht anders da. Du musst das eine mal, wenn du alles ablegst, wenn du es dir wieder rausholst. Und hiernach musst du an die Itembox. Ja, das maximal dreimal öffnen ist auf jeden Fall festgelegt dann. Wenn das wirklich alles so zählt. Wenn das wirklich alles so zählt, dann sind die dreimal, wo du an die Itembox darfst. Auf jeden Fall festgelegt. What the fuck, ey. Du musst ja auch die Dicken hier dann jetzt noch besiegen, die kommen. Kannst du nicht einfach vor deinen Dicken wegrennen. Der Rest wäre auch alles wegrennen und sowas dann. Als wenn das wirklich zählt, wo man hier in die Itembox muss, um die Sachen rauszulegen und rein zu... und wieder rauszuholen. Dann kommst du erst ab diesem Part auch an unendlich Munition und an die Kreissäge und alles ran. Dann musst du den ganzen Rest machen ohne den. Dann musst du den ganzen Kram vorher ohne Kreissäge und ohne alles machen. Dann kriegst du erst hier dann die Kreissäge, die unendliche Munition und sonst irgendwas. Du kannst doch nicht beim Vater da irgendwie tricksen. Du brauchst vorher aus der Kiste, nachdem du alles rausgelegt hast, brauchst du ja auch die Dings dann wieder. Du brauchst dann ja auch die Kurbel auf jeden Fall wieder. Du musst da auf jeden Fall ja auch dran. Das heißt, du musst dir auf jeden Fall Gedanken machen ohne Scheiß. Oh, fuck. Du musst da auf jeden Fall gehen. Alles ist hier nach dem Schiff ohne Itembox, meinst du. Eiei. Caramba. Eiei, wat? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn das nicht zählt, ey. Das ist dreimal, wo du in der Itembox darfst. Auf jeden Fall festgelegt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Du kommst da anfangs so gar nicht um die Pumpe, um die Pumpe und sowas drumherum. Du musst dich ja mit irgendwas auch verteidigen. Wenn das hättest du alles noch ohne machen können, aber spätestens bei den zwei Dicken musst du doch. Du brauchst ja beim Endkampf brauchst du ja auch gegen Eevee was. Fuck. durch die ganze mine kannst du dich vielleicht noch so durch machen aber es wird ja auch so oft gelistet also wenn die statistik liegt ja nicht kleine kannst du nicht die ganze zeit könnte das ja wenn du hier startest keine coins wie die magnum noch im schlimmsten fall oder am besten fall holen wäre es ja nicht mehr jetzt dann hier noch irgendwelche coins übrig dass du dir die magnum holen kannst die Was ist das? Ich bin gespannt, ob es zählt. Ich bin gespannt, ob es zählt oder nicht. Ich meine, man kann einen ja auch nicht irgendwie hier mit dem ganzen Zweck dann alleine lassen und du hast dann nichts. Flamerons sind definitiv besser als Nerfgas. Du kannst ja auch hier nicht einfach abhauen. Selbst wenn du hier einfach abhauen hättest können oder abgehauen wärst, musst du denn ja beim Endkampf sowieso irgendeine Waffe haben. Ich bin gespannt, ob es zählt. Auf den Endkampf und dann sehen wir es. So, jetzt bin ich echt gespannt. Was sind drei zwanghafte eigentlich Zeiten, wo du dran musst? Stop. Das fucking hurts. ... ... kann die... ... kreppige little face... ... no, es ist nicht... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das war der Healing Trophy, weniger als max von drei Heals. Nope. Nope, Item Box doesn't count. Fuck. What the fuck? I'm Redfield. I'm Redfield. Glad we found you. It took you guys so long. I will try out something now. But now, that's... No. It wouldn't work. No. I will not try it. It doesn't work. I can't say, maybe... ...könnt es ja klappen... ...umy durch die ganze Mine durchzurennen, ohne irgendwas zu haben, aber... ...du brauchst... ...du brauchst ja für Evie, für die erste Runde brauchst du ja irgendwas für... ...du kannst ja nicht da drinnen so lange aushalten, ohne irgendwas, oder? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. Okay. Jetzt haben wir doch noch einen Run zu tun, bevor wir dann Platin haben. Dann sind alle dreimal, wo du an der Itembox gehen darfst, bereits vorprogrammiert. Ne, kommst nicht ohne durch. Und selbst wenn, wir müssen ja unsere Sachen dann auch wieder nach dem Schiff wiederholen. So, three times you can... ...use the Itembox already... ...reserved from beginning on. What a mess. ...I thought we can make both in one, but... ...actually not. Yep. One time too much on the Itembox. Of course, we opened it one time. On our free will. ... Du kannst hier auch nicht mit ein, zwei Schuss Magnum oder sowas umlegen. Am Ende. Du brauchst am Ende auf jeden Fall ein bisschen was, dann Munition hat zumindest ein paar Schüsse. Ich hab auch nicht dran gedacht, dass nach dem Schiff, nach das, wenn du da wieder mit Ethan startest, dir alles abgenommen ist. Das hab ich absolut nicht bedacht. Ich hab gedacht, wenn wir auf dem Schiff irgendwie dann rauskommen, mit Ethan haben wir unseren Kram wieder, mit dem wir aufgehört hatten. Nein, einen hatten wir nicht. Oh. Das ist ne schöne Scheiße. Das ist ne schöne Scheiße dann. Oh fuck. Okay, das heißt, wir haben dann doch nochmal einen Run in Resident Evil 7. Und zwar den mit dreimal maximale Itembox. Den wir jetzt knapp verpasst haben. Ich mein, das Schiff war echt gar nicht mal so schwer, wie ich gedacht habe. Aber wir müssen den ganzen Anfang, das ganze Haus, die beiden Jackfights. Ja, alle drei Jackfights. Ohne Itembox machen. Wir müssen die zwei Marguerite-Fights ohne Itembox machen. Endlich. Wir haben keine Munition dann. Wir haben keine Whirling Saw. Wir haben keine Kreissäge. Ey, das wird lustig. Aber das ist krass. Du hast wirklich alle drei Mal, wo du die Itembox öffnen darfst für das Maximale, hast du wirklich vorgegeben. Das sind die zwei Mal bei dem Testgelände oder das ist es einmal. Oh mein, Nanu, das ist frisch bei dir. Und das ist das eine Mal danach im Schiff. Wenn du auch definitiv an die Dings ran musst. Ich mein, was mir gerade noch so eingefallen ist, du könntest höchstens eigentlich, könntest du die Magnum soweit schon mal bezahlen, sie aber nicht rausnehmen. Dann müsste der Käfig da offen stehen, dann hast du die Magnum da. Du kannst sie rausnehmen und hast dafür ja ein, zwei Schuss oder was drin am Anfang. Aber das ist alles, was du dafür hast, wenn du dann nicht noch Magnum Munition findest. Jetzt am Ende vom Testgelände war es das. Und selbst mit ein, zwei Schuss Magnum, das ganze Test, äh, die Salzmine hinten, die Salzmine. Selbst mit ein, zwei Schuss Magnum kriegst du EV am Ende nicht down, würde ich sagen. Es ist, glaub ich, ein bisschen, ich mein, es ist einfach, es könnte klappen, aber du brauchst ja selbst dann für den letzten Kampf dann außen vor dem Haus brauchst du mindestens ja auch noch ein, zwei Schuss mit der Magnum dann, damit du da durch bist und dann Wesker nehmen kannst. Du hast ja nicht mal ein Messer dann in dem Moment, gar nichts. Ach, ich hab gedacht, wir machen gerade den Run, beide Runs in einem, also sprich maximal dreimal Itembox und, ja, maximal drei Heals. Ja, maximal drei Heals haben wir abgeschlossen, indem wir nämlich gar nicht ein einziges Mal geheilt haben. Ähm, nicht mal ein Steroid verwendet, was nicht als Heilung zählt. Aber die Itembox haben wir um eins überschritten. Eins. Weil ich bis zum Schluss jetzt nicht dran gedacht habe, dass die dreimal, die du maximal an die Itembox gehen darfst, sind alle schon von vornherein vorprogrammiert und vorgegeben. Das hab ich absolut nicht bedacht. Das war noch nicht an den Seiten, wo ich nachgeguckt habe, erwähnt. Ich hab gemeint, es sind zweimal auf jeden Fall vorgegeben. Halt dadurch, dass du im Testgelände halt erstmal alles ablegen musst und dann halt danach wieder das Nötigste dir nehmen musst. Öp. Das ist eigentlich schon vorgeben, nur das war auch irgendwo erwähnt. Das war nichts irgendwo erwähnt wegen dem Schiff am Ende. Ja. Kurz gucken. Mal kurz gucken, vielleicht finde ich ja dafür doch noch was. Guck mal ganz kurz. Guck mal ganz kurz. Es könnte höchstens eine Sache funktionieren. Eine Sache, die könnte funktionieren. Die werden wir kurz noch ausprobieren. Ich will laden. Ich will mal ganz kurz gucken. Nochmal kurz das ausprobieren. Vielleicht, wenn man den beiden Fettys davon rennen kann. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit gibt es, glaube ich, vielleicht. Wie wir tricksen können. Sonst sollte ich schon mal kurz gucken. Z-Markieren für einen Cut. Es gibt eine Möglichkeit, wo ich sage, da könnten wir vielleicht tricksen. Oder müssen wir glücklich sein. Dann geht es hier immer noch weiter essen. Ja. Gut. Eine Sache, wo ich sagen könnte, wir könnten vielleicht tricksen. Wenn das funktioniert. Und zwar... Ich will jetzt aber auch Chemikalien und sowas mitnehmen. Weil wir vielleicht jetzt Heilung brauchen. Das wird jetzt ein bisschen tricky, aber... Können wir kriegen. Wenn hier jetzt keiner steht. Ja. Was? Mach nochmal die Tür auf hier. Junge. Mach hier rein. Okay. Ich hoffe, dass die Tür bleibt offen. Okay. Das wird jetzt Panik, was wir hier machen. Das wird jetzt richtiger Paniklauf. Wir müssen durch die ganze Salzmine durch, ohne einen Gegner zu killen. Das hier wird unsere beste Waffe sein. Das hier wird unsere beste Waffe sein. Keine Ahnung, irgendwo vielleicht. Nein. Das wird jetzt verdammt anstrengend für mich persönlich. Verdammt anstrengend für mich. Ich weiß nicht, ob wir unter dem einen Ding hier hinten durchducken können uns. Okay, hier sind alle weg. Sind alle weg. Jetzt müssen wir ganz kurz umgucken. Hier sind nur Kisten. Scheiße. Ich kann keine Kiste hier aufmachen im Moment. Ethan ist so unbeholfen. Er kann doch nicht kaputt treten. Ich weiß nicht, ob ich hier durchducken kann. Nein, ich kann nicht durchducken. Okay, okay. Wie gesagt, das ist verdammt risky alles. Wir haben bis gleich jetzt keine Heilung. Wir können gleich jetzt eine machen. Wir können uns eine starke Heilung schon mal machen. Wie gesagt, wir werden hier jetzt, wenn wir so probieren durchzukommen, vermutlich Heilung brauchen. Wenn wir bei den zwei Dicken die Leiter hochkommen, sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück. Dann dürfte das vielleicht sogar noch klappen. Wenn wir bei den zwei Dicken hochkommen, ohne eine Heilung oder beziehungsweise ohne, dass wir uns von der Leiter runterkicken oder sowas, dann könnten wir es wahrscheinlich schaffen. Es besteht die Möglichkeit, dass wenn ich im Eevee-Fight bin, wenn ich mich sterben lasse, an die Itembox ja zugreifen kann. Das aber nicht zählt für an die Itembox gegangen zu sein. Versteht ihr so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte? Ah, ich sollte erwartet haben. Oh, eine Bombe? Ich habe eine Bombe gefunden. Das ist interessant. Ich freue mich, ob da noch mehr Bomben waren. Wir können in Z3 Heilung maximal reinballern. Da wäre noch Magnum-Munition gewesen, die wir nicht haben. Und noch nicht kriegen würden hier. Siehst du, dass ich glaube, ich weiß, wo vielleicht nur eine Bombe oder so liegt. Gegebenenfalls weißt du noch, wo eine oder vielleicht sogar zwei Bomben liegen? Dann hätten wir drei Bomben, dann könnten wir vielleicht sogar die Fettis ausschalten. Vielleicht ist es doch noch möglich. Ah, stuck. No, 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 no. Gut. Das ist jetzt echt kritisch, was wir hier machen, ey. Ist die Baum? No, 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 no. Oh Had to use it Oh Oh shit I just healed him Oh shit son This is so risky Oh god No bomb Now is the time Are we able to Are we able to Climb the ladder Without being killed We can Okay 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 Shit Fuck my life Okay 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 Oh Fuck I was going to take you better Oh What is behind me What is behind me Oh Ja das hatte ich gerade vor Mel Das hatte ich gerade vor Wenn er jetzt mal rennen würde Wenn er jetzt mal rennen würde Verdammt 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 der Scheiße Ah Fuck Wo sind wir eigentlich bei der Heilung Ah Mit zwei Das Problem ist Die sind beide nicht auf einem Fleck Okay Okay Jetzt vielleicht Er rennt auch im Moment Nur Scheiße Okay Maybe 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 Please No Please No Please No Please No Please No Okay Okay So If I die now At the Evelyn fight And Can get on my item box Does this count as fucking up or not Yeah Mir geht's ums Allgemeine Dass beides in allem war Es ist also doch noch zum schaffen Wenn man sich das anfangs so erleichtert Was ist die Vielleicht Also ich weiß ja noch nicht I wonder if it counts That we open the item box When we take items After we die Sehen wir heute noch die Platin oder nicht It fucking hurts You shouldn't have done that It fucking hurts Does it want to be my daddy? Then he can die Now it's mommy's turn to kill you But man It could really be possible Even with the buildings on the beginning I thought mine could be tricky You're gonna meet one of us And then Maybe we'll play I'm not playing No! Get that away from me! Okay Let's see Hey 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 I will I am doing it Yeah Yes 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 Okay So now It's a question if it counts or not It's console fun I have no weapon No weapon It's still done Let's still done He hurts He hurts He hurts He hurts Get you Get you It's still done Irgendwo selbst So an der Waffe rum Oder? Ich hab mich nie hier umgeguckt Weil ich nie ohne Waffe hier stand Ist hier irgendwas? Hmm Nooo 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 We have to hit that Don't we? There you go Does this count or not? Wait, wait, pick the verwalten Why is this loading screen? Okay, so we are in here now Okay, big question, does it count or not? Yeah, use it Albert Does this count or not? Biggest question of all Hell, that's enough, that's enough Does this count or not? It doesn't count Haha, it doesn't count Hahaha, we can make it We have platinum now We have platinum Nice, cheated, but okay Cheated It doesn't count It doesn't count It was the only possible way I fought It was the only possible way I fought It was the only one The only one where I thought that it could Oh, I forgot something 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 Can we still make it? I forgot the infinite ammo I forgot the infinite ammo Hahaha I forgot the infinite ammo Ich habe noch die unendliche Position vergessen zu packen, uuuhh. Fail. Oh fuck. Could be way too close. Yep, we have no ammunition now. We have no ammunition now. And I forgot the whirling saw at least too. Oh wait, we have three shots left, we have three shots left. Normal ammunition. Oh, we have three shots left. No, it's not enough. It's not enough. No, it's not enough. No, 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 no. No. If I had to pack a flame or something, then it would have been enough. It would have been enough. Fail on the last meter. Was ein Fail auf dem letzten Meter, ey. Wir hätten eben, vielleicht hätte ich nur einen Schuss mit der Wesker Knarre gebraucht, also mit Albert und dann hätten wir es gehabt. Ich wundere mich eben schon gerade mit dem Granatwerfer, wieso kann ich nicht nachladen. Ich wundere mich eben schon gerade mit dem Granatwerfer und warum ich nicht nachladen kann. Scheiße, ich habe die unendliche Munition vergessen. Aber, ja, dreimal Itembox hier offen wird immer noch. Was ist ein Fail auf dem letzten Meter, ey. Was ist ein Fail auf dem letzten Meter, Leute, ey. Jetzt machen wir mal die Ratatante. hat 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 haten knight Wir hätten eben echt nicht viel mehr gebraucht, äh, das ist dumm gelaufen. Stop it! Jetzt haben wir Platino. Use it! Add somewhere Platin. Bam, 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 bam. Bam! Jetzt haben wir Platino. Jetzt haben wir's. Ja. Come on, baby. Come on, baby. Give it to me. Give it to me. Give it to me, baby. Ah! And... Platino. Nice! I tricked a little bit, but okay, I tricked a little bit. I tricked with a fail at the end. Okay. Oh, Redfield. I'm Redfield. Glad we found you. Das war jetzt aber echt noch Glück im Unglück, ey. Ethan? Ethan? It's Ethanol, hab ich euch schon mal gesagt, nicht Ethan. Oh, God. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. So were the Bakers. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing. Evelyn. Who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing me. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Ach, haben wir's doch noch geschafft. Dann haben wir Resident Evil 7 bis auf die Dalsies auch abgeschlossen. Beziehungsweise zwei von den drei Dalsies fehlen noch. Hm. Ich lasse nur nochmal das Lied genießen. ером und 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Ende war jetzt auch gar nicht mal so schwer jetzt ohne Waffen, muss ich zugeben. Hm. 2 Stunden 47 Minuten. Sag mal, 2 Stunden 48 Minuten. 5 Neuversuche. Ja. Gut, 2 von den Neuversuchen gehen eigentlich auf das Konto jetzt gerade am Ende. 2 von den Neuversuchen gehen jetzt gerade am Ende auf Objektverwaltung nochmal. No Steroids. Ja gut, wir haben ja in Resident Evil 1 noch jede Menge Runs zu machen. Wir müssen mit Chris auf Normal nochmal in unter 3 Stunden durch. Dann müssen wir mit Jill auf Normal in unter 3 Stunden durch. Dann müssen wir mit Jill die ganzen anderen Endings holen. Wir müssen einmal echtes Überleben machen. Wir müssen einmal unsichtbare Gegner machen. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Runs, die uns da bevorstehen. Es sind noch ein paar Runs, die uns da bevorstehen. Not a Chris. Spring 2017. Not a Chris. Und ich werde mich jetzt so langsam mal in die Haier machen, glaube ich. Hoffentlich erst mal den Halsschmerzen weggehen. Also, euch allen noch einen schönen Abend. Überlegen, was wir machen. Ich muss mal überlegen. Man liest auf Facebook dann, was es gibt, denke ich mal. Oder was es morgen gibt. Bis dann auf jeden Fall euch allen noch einen schönen Abend. Passt auf jeden Fall auf. Schlaf gut. Kommt gut in die neue Woche. Und wir sehen uns dann am Dienstag auf jeden Fall wieder. Also bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. So. We see what we do on Tuesday keeping you up to date on the Facebook page. Links in the channel below. So far I would say have a good night, have a good sleep, take care everyone. And I would say have a good start on the next weekend. Bye bye.